Herzlich Willkommen bei den Lesehörbüchern, den Büchern zum Hören und Mitlesen. Diese Geschichte heißt Mein bester Freund und die Gespenster. Geschrieben und gelesen von Joachim Friedrich mit Bildern von Heribert Schulmeier. Nun viel Spaß beim Hören und wenn du Lust hast, auch beim Lesen. Heute machen wir unseren Klassenausflug. Wir besichtigen eine Burg. Super, da gibt es Ritterrüstungen und einen Rittersaal, Schwerter und Lanzen. Leider können wir keine Ritter besichtigen, die sind schon alle tot. Der Mann, der uns alles erklärt, schimpft ein bisschen, macht aber nix. Max und ich gucken uns trotzdem alles genau an. Max ist mein bester Freund. Max war schon mein bester Freund, als wir noch ganz klein waren. Damals gingen wir in den Kindergarten. Jetzt sind wir groß und gehen in die Schule. Max ist Scheriff, Rennfahrer, Forscher, Cowboy und Ritter. Dafür bin ich Detektiv, Astronaut, Indianer, Seeräuber und Geisterjäger. Wir fahren mit dem Bus nach Hause. An der Schule holen uns Mama und Papa ab. Sie haben Heinz Willi mitgebracht. Als er uns sieht, bellt Heinz und Willi freut sich. Heinz Willi ist mein Dackel. Max hätte auch gerne einen Hund. Er kriegt aber keinen. Darum habe ich ihm eine Hälfte von Heinz Willi geschenkt. Jetzt gehört mir die vordere und Max die hintere Hälfte. Meine Hälfte heißt Heinz und seine Hälfte heißt Willi. Genau in der Mitte haben wir einen Ring aus Leuchtfarbe gemalt. Jetzt wissen wir, wo Heinz aufhört und wo Willi anfängt. Im Auto erzählen Max und ich von unserem Ausflug. Wir erzählen von den Ritterrüstungen und von dem Rittersaal. Wir erzählen von den Schwertern und von den Lanzen. Von dem Mann, der mit uns geschimpft hat, erzählen wir nichts. Habt ihr denn auch ein Burggespenst gesehen, fragt Papa. Ein Gespenst, rufe ich. Gibt es auf der Burg ein Gespenst? Kann schon sein, sagt Papa. Und wie sieht so ein Gespenst aus, fragt Max. Es trägt ein weißes Gewand, es haust in dunklen Gewölben und ruft immer Mama schimpft mit Papa. Davon bekommen die Kinder nur Angst. Gar nicht, rufen Max und ich. Als wir nach Hause kommen, dürfen Max und ich noch in meinem Zimmer spielen. Ob es auf der Burg wirklich ein Gespenst gibt, fragt Max. Wenn mein Papa das sagt, sage ich. Vielleicht sind hier auch Gespenster, sagt Max. Hier, rufe ich, wo denn? Vielleicht unter deinem Bett? Wir gucken unter mein Bett. Da ist aber kein Gespenst. Nur viele Spielsachen. Mama und Papa schimpfen deshalb immer mit mir. Macht aber nichts. Mein Papa sagt, Gespenster hausen in dunklen Gewölben, sage ich. Mein Bett ist aber kein dunkles Gewölbe. Dann suchen wir in eurem Keller, ruft Max. Da ist es dunkel. Ich hole meine Taschenlampe mit drei Batterien. Darum bin ich Geisterjäger. Im Keller ist es dunkel und unheimlich. Zum Glück haben wir meine Taschenlampe. Ich habe aber trotzdem Angst. Aber nur ein bisschen. Wir sehen überall nach. Leider finden wir kein Gespenst. Nur Marmeladengläser und mein kaputtes Dreirad. Vielleicht gibt es ja doch keine Gespenster, sage ich. Wir fragen morgen Frau Meise, ruft Max. Das ist eine gute Idee. Frau Meise ist unsere Lehrerin. Sie ist die tollste Lehrerin der Welt. Sie weiß alles. Vor dem Schlafengehen liest Mama mir noch eine Geschichte vor. Dann macht sie das Licht aus. Es ist sehr dunkel in meinem Zimmer, wie in einem Gewölbe. Ich habe ein bisschen Angst und kann nicht schlafen. Ich gucke mit meiner Taschenlampe unter mein Bett. Da liegen immer noch viele Spielsachen. Darum kann ich nicht sehen, ob da auch ein Gespenst ist. Sollen wir heute wieder Gespenster suchen? Fragt Max vor der Schule. Lieber nicht, sage ich. Gestern konnte ich nicht einschlafen. Ich hatte Angst, dass unter meinem Bett ein Gespenst ist. Glaubst du etwa ein Gespenster? ruft Efi. So ein Angsthase, ruft Sarah. Sie haben uns belauscht. Efi und Sarah sind in unserer Klasse. Sie ärgern Max und mich immer. Ihr seid doof, rufen Max und ich. Gibt es Gespenster? frage ich Frau Meise in der Klasse. Moritz glaubt an Gespenster. Er hat sogar Angst vor ihnen, rufen Sarah und Efi. Viele Menschen haben Angst vor Gespenstern, sagt Frau Meise. Es gibt sogar Leute, die vor Schreck tot umgefallen sind. Sie dachten, sie hätten ein Gespenst gesehen. Boah, rufen wir alle. Gibt es Gespenster nur auf einer Burg? fragt Max. Viele Menschen glauben, dass Gespenster Verstorbenen sind, die keine Ruhe finden, erzählt Frau Meise. Und die könnte es ja überall geben. Am Nachmittag spielen Max und ich in unserem Garten. Ich habe meine Taschenlampe dabei, aber keine Batterie mehr drin, macht aber nix. Ich bin trotzdem Geisterjäger. Ich finde Efi und Sarah gemein, sagt Max. Die haben uns belauscht. Bestimmt haben die auch Angst vor Gespenstern, sage ich. Sollen wir sie erschrecken? fragt Max. Das ist eine gute Idee. Dann müssen wir uns aber als Gespenster verkleiden, rufe ich. Dein Papa sagt, die haben weiße Gewänder an, ruft Max. Wir suchen in der Kleiderkiste, sage ich. Da sind alte Sachen drin. Bestimmt finden wir da auch weiße Gewänder. Die Kleiderkiste steht auf unserem Dachboden. Da ist es auch dunkel, aber nur ein bisschen unheimlich. Max und ich müssen lange suchen, aber dann finden wir weiße Bettlaken. Wir schneiden zwei Löcher in die Bettlaken. Jetzt sind es Gespenster, ruft Max. Jetzt können wir Efi und Sarah erschrecken, rufe ich. Heinz bellt und Willi freut sich. Max und ich ziehen unsere Gespenster an. Heinz Willi soll auch ein Gespenst anziehen. Er will aber nicht, Heinz winselt und Willi hat Angst. Efi und Sarah spielen in Sarahs Garten. Max und ich schleichen uns an. Das kann ich gut, weil ich auch Indianer bin. Max ist nur Cowboy. Er kann aber auch gut schleichen. Hu 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 Sarah reißen uns die Gespenster herunter und rennen weg. »Gebt unsere Gespenster wieder her,« rufe ich. »Das ist gemein,« ruft Max. Leider können Evi und Sarah schnell rennen. Wir holen sie erst in unserem Garten ein. Max und ich wollen unsere Gespenster wieder haben. »Evi und Sarah geben sie uns aber nicht.« »Evi kämpft mit mir. Max kämpft mit Sarah. Dabei schreien wir ganz laut.« Heinz bellt und Willi freut sich. Dann kommt Frau Kleinlich. »Frau Kleinlich ist unsere Nachbarin. Sie schimpft immer mit uns.« »Jetzt habe ich aber genug,« ruft sie. »So ein Lärm! Finde ich denn niemals Ruhe für euch?« Dann läuft sie die Kellertreppe hinunter. Peng! Die Tür ist zu. »Hast du das gehört,« frage ich Max. »Ja,« sagt Max. »Frau Kleinlich findet keine Ruhe.« »Ob Frau Kleinlich ein Gespenst ist,« fragt Max. »Sie ist in ihr dunkles Gewölbe gegangen,« sage ich. »Ihr spinnt ja,« ruft Evi. »Frau Meise sagt, Gespenster finden keine Ruhe,« rufe ich. »Aber sie hat kein weißes Gewand an,« sagt Max. »Gespenster tragen doch weiße Gewänder.« »Das trägt sie in ihrem dunklen Gewölbe,« sage ich. »Seht doch nach,« ruft Sarah. »Bestimmt haben sie wieder Angst,« sagt Evi. »Gar nicht,« rufe ich. »Wir sehen nach,« ruft Max. Max. Max und ich ziehen unsere Gespenster wieder an. Dann schleichen wir Frau Kleinlichs Kellertreppe hinunter. Evi und Sarah warten auf uns. »Ich habe doch ein bisschen Angst.« »Gut, daß Heinz Willi mitkommt,« sagt Max. »Dem können Gespenster nichts anhaben,« sage ich. »Unverwundbar,« sagt Max. »Im dunklen Gewölbe von Frau Kleinlich ist es sehr unheimlich. Überall sind Spinnweben. Leider habe ich immer noch keine Batterien in meiner Taschenlampe.« Plötzlich steht Frau Kleinlich vor uns. »Aaah!«, ruft sie und fällt um. »Warum ist sie umgefallen?«, fragt Max. »Manche Leute fallen tot um, wenn sie ein Gespenst sehen,« sage ich. »Das hat Frau Meise gesagt.« »Da bekommen Max und ich ganz schön Angst.« »Wir rennen aus dem dunklen Gewölbe. Wir rennen die Kellertreppe hinauf. Wir rennen an Evi und Sarah vorbei. Wir rennen durch den Garten. Wir rennen zu Mama und Papa.« »Mama!«, rufe ich laut. »Papa!«, rufe ich noch lauter. »Frau Kleinlich ist umgefallen,«, ruft Max. »Mama und Papa kommen mit ins dunkle Gewölbe. Evi und Sarah kommen auch mit. Papa holt Wasser. Das schüttet er Frau Kleinlich ins Gesicht. Zum Glück lebt sie noch. Leider wird sie ein bisschen nass.« »Wo bin ich?«, fragt Frau Kleinlich. »Die Kinder haben sie gefunden,« sagt Papa. »Ich habe mich so erschreckt,« sagt Frau Kleinlich. »Waren das die Kinder?« »Das glaube ich nicht,«, sagt Mama. »Sie haben im Garten gespielt.« »Mama guckt mich ein bisschen böse an. Papa leider auch. Zum Glück verraten uns Evi und Sarah nicht.« »Ich soll mein Zimmer aufräumen. Eine kleine Strafe muss sein,« sagt Papa. »Macht aber nix. Max hilft mit.« »Wir räumen auch unter meinem Bett auf. Leider ohne Taschenlampe. Ich habe immer noch keine Batterien.« »Da sehen wir einen Gespenst.« »Ich schreie ganz laut. Max schreit noch lauter.« »Papa bringt uns neue Batterien.« »Wir sehen unter dem Bett nach.« »Da ist aber kein Gespenst. Nur Heinz Willi.« Heinz winselt und Willi hat Angst. »Wenn das so weitergeht, bin ich auch bald ein Gespenst,« sagt Papa. »Leider verstehen Max und ich nicht, wie er das gemeint hat. Macht aber nix.« Das war die Geschichte »Mein bester Freund und die Gespenster«. Wenn Euch diese Geschichte gefallen hat, schaut Euch gerne auf meinem Kanal um. Ich bin sicher, Ihr findet dann noch etwas, das Euch gefallen könnte. Bis dahin wünsche ich Euch alles Gute, bleibt gesund, Euer Joachim Friedrich.